Der König Ein guter König ist für sein Königreich ein wahrer Segen. Er ist fruchtbringend und ordnungsschaffend. Damit ein Königreich aufblüht, ist ein guter König unerlässlich, denn ohne ihn regiert das Chaos. Viele Völker errichteten für ihre Herrscher Denkmäler, die deren Fruchtbarkeit feierlich zum Ausdruck brachten. Häufig entstanden phallusförmige Statuen, um der Schöpfungskraft des Königs zu huldigen. Genau solche Sinnbilder sind die passende Einleitung für die Energie des Königarchetypen, denn sie bringen dessen Qualitäten zum Ausdruck. Der vollendete König ist ein rationaler Denker. Eine hohe Integrität zeichnet ihn ebenso aus wie seine Beschaffenheit. Zustände der Unordnung scheinen sich allein nicht durch sein Auftauchen zu entwirren, denn er glättet Wogen, bremst unmäßiges Verhalten und bringt Festigkeit. Ein Mann, der in Verbindung mit dem Archetyp des Königs steht, ist selbstsicher. Er strahlt eine gelassene Unangreifbarkeit aus. Häufig erkennt er das Schöpferische in seinen Mitmenschen und segnet sie, indem er sie ermutigt, lobt oder anderweitig belohnt. Auch wenn es bei der Bezeichnung des Königs logisch ist, sollte erwähnt werden, dass dieser eine autoritäre Persönlichkeit darstellt. Der König im Mann stellt das Wohlergehen seiner Frau und seiner Kinder sicher. Wie erwähnt, hat er ein Auge für das Schöpferische und erkennt so die Stärken seiner Mitmenschen. So fördert er die Talente seiner Kinder und ermutigt seine Frau, das zu tun, was sie so sehnlich begehrt, wozu ihr bislang jedoch der Mut gefehlt hat. Mit Kritik weist der König auf angemessene Art und Weise umzugehen. Anstatt einen Groll gegen den Kritiker zu hegen, wie das heutzutage leider üblich ist, macht er sich tatsächlich Gedanken über die Äußerung und ist sich nicht zu schade, seinen Kurs nach einer sinnvollen Abwägung anzupassen. Selbst zu Zeiten, in denen sich sein gesamtes Umfeld außerstande zeigt, einen kühlen Kopf zu bewahren, strahlt er eine natürliche Gelassenheit aus. Ein guter König sorgt sich um sein ganzes Reich, doch bevor er die Welt um sich herum ordnet, kümmert er sich zunächst um seine eigene innere Ordnung, denn nur so kann er in der Außenwelt authentisch als ordnender Charakter agieren. Das, was er mit seinem eigenen Leben vorlebt, manifestiert sich anschließend in seinem Reich. Soweit zum König in Vollendung, einer leider nur sehr selten anzutreffenden Spezies. Mit seiner dysfunktionalen Kehrseite sind wir dagegen besser vertraut. Dort, wo sich der vollendete König fruchtbar zeigt, handelt der Tyrann, sein aktiver Schattenpol, zerstörerisch. Ich habe bereits über die Geburt Jesu gesprochen, der ein gutes Sinnbild für das göttliche Kind ist. Wie wir bereits wissen, ist das göttliche Kind im jungen Bewusstsein das, was in seiner vollen Reife zum König wird. Interessanterweise trifft in der biblischen Geschichte um die Geburt Jesu, dessen jungen Energie als göttliches Kind, auf den Archetypen des Königs in seiner unreifen Form, nämlich König Herodes, der Jesus umbringen lassen will. Als Tyrann sieht er in dem Leuchten des Kindes eine Gefahr für seine Herrschaft. Die Schreckensherrschaft des römischen Kaisers Caligula ist ein weiteres Beispiel für den Tyrann. Von seiner eigenen inneren Schwäche, welche er zu verdrängen versucht, wird er angestachelt und richtet der Unschuld, der Stärke, der Schönheit und der Schöpferkraft anderer seine blanke Wut entgegen, denn diese Eigenschaften möchte er vernichten. Der Tyrann kann sich auch in dem Vorstandsvorsitzenden zeigen, der ohne Rücksicht auf Verluste nur auf die eigenen Vorteile aus ist. Es kann der unfähige Chef sein, der seine Arbeit von Untergebenen erledigen lässt, um am Ende alleinig die Lorbeeren dafür zu kassieren. Die Labilität des Tyrannen, bzw. wenn man so will, der Schwächling innerhalb des Tyrannen, denn schließlich ist die Schattenseite eines Archetypen immer bipolar, zeigt sich in Situationen, in denen er Kritik ausgesetzt ist. Es muss sich nicht einmal um eindeutige oder besonders starke Kritik handeln. In der Regel spürt er bei der kleinsten Bemerkung seine eigene Schwäche und Inkompetenz. Diese Schwäche wird für gewöhnlich von starker Wut überdeckt, doch unter diesem Wutanfall verbirgt sich tatsächlich das Gefühl der Wertlosigkeit, Verletzlichkeit und Schwäche. Trifft der König in seiner Schattenform seinerseits auf ein schwaches, hilfloses Wesen, so empfindet er den Drang, dieses Wesen zu erniedrigen oder es sogar zu töten. Der Grund für diesen Drang ist, dass sie bei einer solchen Begegnung ihrer eigenen Schwäche und Hilflosigkeit ins Gesicht blicken, also genau das, was sie an sich selbst ablehnen und verdrängen. Ein solches Verhalten zeigt sich im Vorgesetzten, der seine Mitarbeiter erniedrigt, oder auch im Tierquäler oder im Vater, der sich an seinen Kindern vergeht. Der Tyrann erkennt in gewisser Weise sogar den König in sich selbst, doch das Problem ist, dass er sich damit identifiziert. Er steht nicht in korrekter Beziehung zum König und sieht dessen Energien als ein Privileg an, welches ihn über alles andere erhaben macht. Der Schwächling steht dagegen in keinerlei Verbindung zum inneren König. Er verkennt ihn tatsächlich so sehr, dass er sich mangels eigenem Zugang liebend gern einem anderen König unterordnet. Schwächling und Tyrann scheinen gegensätzlich zu sein, liegen aber wie besprochen sehr nah beieinander. Oftmals wird das Kind eines tyrannischen Vaters zu einem schwächlichen Prinzen, beziehungsweise später zu einem Schwächling, der seine eigene Grandiosität nicht erkennt. Im Umgang mit der Königsenergie sind also zwei Dinge wichtig. Erstens, den König in sich selbst zu erkennen, um nicht in die Fänge des Schwächlings zu geraten, und zweitens, sich nicht mit ihm zu identifizieren, damit man nicht zum besessenen Tyrannen wird. Es ist ähnlich wie ein Planet, der einen Stern umkreist, wie die Erde, die Sonne. Die Erde braucht die lebenspendende Energie der Sonne, die gleichzeitig aber auch eine vernichtende Wirkung haben kann, sollte man ihr zu nahe kommen. Bei einem Archetyp, wie in diesem Falle dem des Königs, handelt es sich um ein überpersönliches Ideal. Die Königsenergie macht den König nicht zum Gott, sondern zum Vehikel, welches die vorhin aufgeführten Tugenden des Archetypen in die Welt bringt. Ein guter König muss wissen, wie er richtig handelt, und anschließend muss er das theoretische Handeln in die Tat umsetzen. Dabei ist ihm der Krieger behilflich, auf den wir als nächstes zu sprechen kommen werden. Und das ist ihm der Krieger behilflich, auf den wir als nächstes zu sprechen kommen.